Der Schockwave. Es ist gut, dich reaktiviert zu sehen. Gerade rechtzeitig. Soundwave. Reise zu diesen Koordinaten und besorge diesen Gegenstand. Sofort, Optimus. Optimus glaubt vielleicht, er hätte meine Pläne durchkreuzt. Aber das ist weit gefehlt. Operationssäule kann nicht aufgehalten werden. Bald wird all meine Arbeit, all meine Planung, all mein Leiden Früchte tragen. Die Erde und ihre Ressourcen werden mir gehören. Und Cybertron wird neu geboren werden.